F steht für Freunde, die was unternehmen, U steht für uns, dich und mich, N steht für endlich, haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. F steht für Feuer, das wütet und lodert, U steht für unfairen Kampf, N steht für nukleares Waffenarsenal mit dem Lampton. Das hat doch rein gar nichts mit Fun zu tun. Pass auf, mach's mir einfach nach. Bis zum nächsten Mal. Ich versteh das einfach nicht. Ich hab so'n Kribbelchen im Bauch. Sollen wir aufhören? Nein, das ist genau das richtige Gefühl. Also mir gewählt. Machen wir es noch bald? Okay. 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 Hey! Okay. Okay. Well, I won't know. Okay.